Ich spiele gerne Tennis. Sie tanzt jeden Samstagabend in der Diskothek. Der Hund bellt laut, wenn er alleine zu Hause ist. Mein Bruder liest jeden Abend ein Buch, bevor er schlafen geht. Wir kochen gemeinsam unser Abendessen. Der Vogel fliegt hoch in den Himmel. Meine Mutter singt wunderschön. Sie arbeitet hart, um ihre Ziele zu erreichen. Er rennt schnell, um den Bus zu erwischen. Der Regen fällt sanft auf die Blumen im Garten. Die Kinder malen ein schönes Bild für ihre Eltern. Der Lehrer unterrichtet die Schülerinnen und Schüler in Mathematik. Der Gärtner pflegt den Garten und schneidet die Hecken. Das Kind spielt fröhlich mit seinem Spielzeug. Die Katze schleicht sich leise durch den Garten. Die Zuschauer applaudieren nach dem Konzert. Ich höre gerne Musik, wenn ich arbeite. Der Feuerwehrmann löscht das brennende Haus. Meine Freunde und ich feiern am Wochenende eine Party. Der Schüler schreibt eine wichtige Prüfung in der Schule. Die Bäckerin backt jeden Morgen frische Brötchen. Der Maler malt ein schönes Landschaftsbild. Die Lehrerin erklärt das Thema geduldig den Schülerinnen und Schülern. Der Athlet trainiert hart für den bevorstehenden Wettkampf. Die Schauspielerin spielt ihre Rolle mit Leidenschaft. Der Polizist patrouilliert durch die Straßen. Der Mechaniker repariert das kaputte Auto. Die Familie geht am Wochenende wandern. Der Kellner serviert das Essen und die Getränke. Der Wissenschaftler führt Experimente im Labor durch. Die Künstlerin kreiert ein neues Kunstwerk. Der Reporter interviewt den Bürgermeister. Die Kinder bauen ein Sandbogen am Strand. Die Schwimmerin schwimmt schnell durch das Wasser. Der Musiker spielt das Klavier mit Leichtigkeit. Der Anwalt vertritt seinen Klienten vor Gericht. Der Architekt plant ein neues Gebäude. Die Freunde spielen zusammen ein Videospiel. Der Tänzer tanzt elegant über die Bühne. Der Arzt untersucht den Patienten gründlich. Die Kinder basteln eine Grußkarte für ihre Eltern. Der Lehrer korrigiert die Hausaufgaben seiner Schülerinnen und Schüler. Der Fotograf macht ein Foto von der Landschaft. Die Eltern erziehen ihre Kinder liebevoll. Der Journalist schreibt einen Artikel für die Zeitung. Die Touristen besuchen das historische Schloss. Die Verkäuferin berät die Kundin beim Kauf von Schuhen. Der Autor schreibt ein neues Buch. Die Gäste feiern ausgelassen auf der Party. Der Ingenieur entwickelt eine neue Technologie. Die Schwester pflegt den kranken Bruder im Krankenhaus. Der Pilot fliegt das Flugzeug sicher durch die Luft. Die Familie schmückt den Weihnachtsbaum gemeinsam. Der Künstler malt ein Porträt von seinem Modell. Der Reisender erkundet die Stadt mit einem Stadtplan. Der Chirurg führt eine schwierige Operation durch. Die Musiker proben gemeinsam für ihr Konzert. Der Archäologe entdeckt eine neue antike Ruine. Der Schriftsteller recherchiert für sein neues Buch. Die Kinder spielen im Park gemeinsam. Der Forscher studiert die Auswirkungen des Klimawandels. Die Freunde unterhalten sich über ihre Hobbys. Der Verkäufer zeigt dem Kunden das neues Handy. Der Trainer motiviert seine Mannschaft vor dem Spiel. Die Studenten lernen zusammen für ihre Prüfung. Der Maler streicht die Wände des Raumes. Der Angestellte arbeitet hart, um seine Karriere voranzutreiben. Die Familie fährt in den Urlaub an die Küste. Der Chef kündigt dem Mitarbeiter. Die Gäste schmecken das leckere Essen auf der Party. Der Wissenschaftler forscht an einem neuen Medikament. Die Schüler üben gemeinsam für ihre Aufführung. Der Vermieter vermietet seine Wohnung an einen neuen Mieter. Der Tourist besichtigt die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Eltern helfen ihrem Kind bei den Hausaufgaben. Der Künstler präsentiert seine neuesten Werke in einer Ausstellung. Die Tiere leben friedlich im Zoo. Der Koch zaubert ein leckeres Dessert. Die Gäste tanzen ausgelassen auf der Hochzeit. Der Sänger singt seine neueste Single auf der Bühne. Die Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Der Fotograf schießt ein Foto von Petra. Petra. Die Freunde besuchen das Konzert ihrer Lieblingsband. Der Handwerker repariert das kaputte Fenster. Die Familie verbringt den Sonntag im Freizeitpark. Der Gärtner pflanzt neue Blumen in den Garten. Die Schüler diskutieren über ein aktuelles Thema im Unterricht. Der Autor liest aus seinem Buch auf einer Lesung vor. Die Freunde besuchen das Konzert ihrer Lieblingsband. Der Handwerker repariert das kaputte Fenster. Die Familie verbringt den Sonntag im Freizeitpark. Der Gärtner pflanzt neue Blumen in den Garten. Die Schüler diskutieren über ein aktuelles Thema im Unterricht. Der Autor liest aus seinem Buch auf einer Lesung vor. Die Mannschaft gewinnt das Spiel nach einer spannenden Verlängerung. Der Masseur massiert die verspannten Muskeln des Kunden. Die Familie geht gemeinsam im Wald spazieren. Der Grafiker gestaltet ein neues Logo für das Unternehmen. Die Zuschauer beobachten gespannt das Feuerwerk am Silvesterabend. Die Mannschaft gewinnt das Spiel nach einer spannenden Verlängerung. Der Masseur massiert die verspannten Muskeln des Kunden. Die Familie geht gemeinsam im Wald spazieren. Der Grafiker gestaltet ein neues Logo für das Unternehmen. Die Zuschauer beobachten gespannt das Feuerwerk am Silvesterabend.